Hallo und willkommen zu einem neuen Video, der Feuerwehr hier. Heute spielen wir mal wieder ein bisschen Rainbow. Wie ihr es schon seht, ich bin schon in Rainbow drin. Und vielleicht haben es ein paar von euch mitbekommen, es gibt einen neuen Modus. Kanister. Da hat man jetzt so ein Objekt und das muss man beschützen und kann man auch mitnehmen. Nicht so wie sonst die Gefahrengutbehälter, die dann einfach nur rumstehen. Die kannst du jetzt mitnehmen und tragen. Die Runden gehen meistens 3 Minuten und so 5 Runden sind es. Wir werden einfach mal das Event starten und gucken was so abgeht. Okay, wir sind jetzt in der ersten Runde. Starten wir mal. Gehe wieder auf Random hier. Oh, stimmt. Wir haben hier alle, also nicht alle Operator, wir haben hier eine bestimmte Anzahl von Operatoren. und da können wir uns dann jeden aussuchen. Da ist jetzt keiner gesperrt, also können wir uns hier jeden Operator, der da ist, können wir uns aussuchen. Überlegen wir mal. Flores habe ich noch nie genommen, glaube ich, oder? Habe ich schon mal genommen? Keinen, klar. Ich nehme jetzt Nomant. Okay, es war eine schnelle Entscheidung. Okay, okay, probieren wir das mal. Ihr seht auch, die haben ein bisschen andere Skins hier. Ein paar zumindest Fuse, Nomantik auch. Achso, es gibt keine Drohnenfaser, also du kannst hier nichts ausspälen. Okay, jetzt ist der Trailer. Aufpassen. Stimmt. Es ist ordentlich ein bisschen so, dass die Menschen keine Pflanzen mehr haben und wir die jetzt Pflanzen holen müssen. Und wir sollen jetzt die Pflanze von den Hütern abhalten. Okay, hab einen. Äh, intense. Nomant hat auf jeden Fall ziemlich viel, ähm, Puffs hier. Oh, Scheiße. Nein. Er hat's nicht, oh, Hacke. Scheiße. Leute, ich dachte, ich kann den jetzt noch holen, aber der war besser, als ich es aussieht. Ah, shit. Badrum, auf der Seite. Auf der Seite, Mann. Ah, er ist tot, Kapkan ist tot, okay. Und wir haben die Runde trotzdem noch gewonnen, obwohl ich gestorben bin. Gut. Hätte ich jetzt auch schwäch gewonnen, ich glaube. Ähm, aber ja, der Typ war halt los. So, jetzt nehmen... Achso, jetzt ist schon gleich wieder Verteidiger und wir nehmen jetzt Wahami, habe ich noch nie genommen. Ähm, perfekt. Ähm, kann ich mich nicht aus, weil ich da nehmen muss. Oh, und ich habe einen, bitte. Ach, komm. Yes, sure, bro. Oh, thank you, bro. Ein Teil, ich wollte, wo wir haben, wegen der Typ. Man muss ja auch nett sein, ne? Man muss ja auch nett sein. Nämlich, äh, ja. Habt ihr gesehen? Ich hab da einfach, da einfach, aha. Nein, nein! Ich hab mich doch gedruckt. Was für... Bug! Hat der mich einfach gekehlt? Hat der leider nicht hinbekommen. Ach, schade, schade. Was ist jetzt? Ah, es wurde die Pflanze geklaut. Kann man nicht ändern. Und jetzt nehmen wir Gridlock. Hab ich auch noch nie gedacht. Ähm. Ja. Die erste Waffe nehmen wir hier. Ja, und wir haben gewonnen. Ich hab nichts gemacht. Wie cool. Bin nur rumgerannt. Ach, fuck. Nice. Ach, komm, Leute. Das ist doch traurig. Ich reiß hier ja auch nichts. Wen soll ich denn nehmen? Ich nehme mal Mastreo. Hab ich auch noch nie gespielt. Mastero. Ach, wie dumm war ich denn? Ach, Digga. Das war doch kein echter. Sonst wäre er auch nicht an mich vorbeigegangen. Wie hat der mich selbst gekriegt? What the fuck? Watch out the stairs. Ja, ja, stairs und welche. What the fuck? Bin ich so kacke? Der hat dir alles Kopf geschossen. Das war heftig, muss ich sagen. Aha, aha. Oh. Nein. Insane, insane. Halt's auf. Wir haben uns total gewonnen. Wie cool, wie cool. Äh, war jetzt nicht so eine gute Runde für mich, muss ich sagen. Aber, ich werde auf jeden Fall jetzt noch eine Runde spielen. Und dann gucken wir mal, ob wir hier irgendwie ein bisschen besser was reißen können. Oh, nee, ich nehm Worn, Leute. Äh, ich hab noch nie Worn genommen. Ich würde immer Worn nehmen. Worn. Nee, ich mag keinen. Entschuldigung. Äh, aha, aha, aha. Was macht Worn? Ich weiß nicht, was Worn macht. Ach, fuck, ich wollte ja. Aber was innen an. Aha, was, was mach ich? Was mach ich hier? Mach hier für nur Sicht. Ah, ich muss hier weg. Ah, ich hab Angst, Leute. Ich hab so Angst. Digga, what the fuck, ich will nicht sterben sofort wieder. Ich hab nur Hälfte Leben, Hälfte Leben. Hälfte Leben. Was soll denn das? Ah, ich hab Angst, Digga. Fuck. Ich hab einfach den Hül getötet. Scheiße. Hab ich jetzt überhaupt nicht. Ich hab nicht mal einen Kill. Ach, Mann. Wie schlecht war das denn? Das war so gut von ihnen einfach reingegangen. Haben einfach alle geholt. Scheiße. Okay, wir probieren uns jetzt nochmal mit Dukabi. Aber diesmal im Angriff. Was hat der das gesehen? Was? Wahrscheinlich hat er sie besser getroffen als ich. Kommo, 1 gegen 1 oder was? Die war ja so heftig, wisst du? Wie kann die... Du... Unlucky. Also ich... Habe ich keine Worte. Ich finde, ich hätte... Hab da besser gearbeitet als sie. Das war schlecht von ihr. Und der hat mich getroffen. Ja, Kill ist jetzt wichtig, wichtig, Leute. Oh ja, da ist er tot. Schade. Zweiter Runde haben wir gewonnen. Haben wir jetzt beide Runden? Ja, wir haben beide Runden verloren. Nice. Lucy. Und hier ist ein guter Platz. Hab einen. Ja, heftig, heftig. Finde ich gut. Finde ich gut gemacht von mir. Wusst, dass da wer kommt. Ich dachte mir zumindest. Ich wusste. Oh, shit. Excuse me, excuse me. Digga, ich habe mich nur erschreckt. Wusste nicht, dass ich jetzt mit einem Freund gehen werde. Wollte ich nicht. Oh, Mann. Ich bin so blöd. Jetzt habe ich auch noch den geschickt. Wie dumm bin ich denn? Excuse me very, very much. I'm so bad. Digga. Wie lost? Wie kann ich denn so blöd sein? Ich habe jetzt zwei Leute gekillt. Digga, wie dumm. Lana nehme ich mal. Jana. Lana. Die nehme ich mal. Hab einen. Heftig. Da ist noch einer. Ich sehe ihn. Nein, jetzt bin ich der Letzte. Scheiße. Ja, okay. Sag ich ja. Da kommt wer. Ah, scheiße. Leute, wie lost. Wie lost. Wie lost. Pack it. Pack. Wir haben verloren. Ich schwech. Ich habe nur zwei oder drei Kills gemacht. Ja, pack. War es mit dem Video. Ich glaube, ich habe es gefallen. Abonniert diesen Kanal. Und ciao. Ciao. Ciao.